Folge 7. Wenn zwei sich streiten, feuert der Dritte. Diplomatie. Wie geht es dir? Äh, einschmeichen wäre jetzt sehr schön. Es stört dich also nicht, wenn sich eine Marqueser wie ich unter das einfache Volk mischt. Nö, dafür bist du zu hübsch. Ihr wünscht, ihr habt euch tatsächlich durch meine philosophischen Abhandlungen gequält. Bemerkenswert. Ja, wäre es glaube ich für die Selig. Was sagt... Schnauze? Äh, ich mache unbedingt einen Friedensvertrag. Äh, ich mache natürlich einen Handelsvertrag mit den beiden. Oh, ihr seid es. Und nachher ein Bündnis, damit ich nachher mit Lucius keinen Tisch machen kann. Schnauze? Ah, ich habe echt alle den gleichen Texte. Gibt's hier wohl nicht. So, was machst du jetzt noch? Kamima hier oben geht nicht mehr, wa? Ah doch, hier geht's noch. Oh, egal. Bauplatz, er hat blockiert, aber es ist soweit alles schön und gut. Ist mir das Schiffge verrückt von ihm. Hey, ist der komplett bescheuert. Folgen wir ins eigene Gewässer, meine Fresse. Was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ah, genau. Das war's ja. Warum habt ihr den Rat der 10 Anzug? Welch Angegnung mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen? Ah. Es war alles wieder, äh, du 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 du. Ich brauche mir Ruhm, verfixt. Ich kriege es auf dich schneller umher. Warum? Warum? Ihr wagt. Und schön mit der Pflasterstrasse binden. Ja, das freut das Herz. Äh, hallo? So jetzt. Und hoppala. Äh, ja. Das war's auch schon langsam. Und mein Geld. Das liebe, liebe Geld. Ein Schenken für das Vergnügen. Feuer wachen, damit es nicht wieder alles abfackelt. Und sie wären fast zufrieden. Fast. So, mal schauen. Ich habe 25. Das ist sehr gut. Ah, baut ihn auch voll. Ne, weiss was, lasse ich jetzt mal. Aber hier. Strollen nach oben. Gut, gut. Jetzt mal schauen, wo kann ich noch Häuser bauen? Ja, vor allem logisch war, dass ich hier noch am besten mache. Wobei hier oben wäre auch nicht schlecht. Und hoppala und hoppala. Das ist schon wieder weniger gut. Aber was soll's. Eine ihrer Truppen steht unter Beschuss. Na toll, muss das sein. Er greift jetzt das Gebäude an. Mann ey, wie viele kleine Kriegsschiffe hat denn der noch? Manchmal muss immer repariert werden. Hahaha. Das gibt's einfach nicht. Du, du, du. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Ja. Jeder. Jägt euch jeder. Das Zimmermannshaus. Na, endlich hat das auch mal gebaut. Hä? Endlich hat das auch mal gebaut? Ein Zimmermann hält die Gebäude in Schuss. Grossartig. Was willst du denn machen? Das Gebiet hier ist soweit. Gut. Dann mache ich hier unten noch eins, sodass Häuschen auch eingeschlossen ist. Äh. Ja. Denk mal, es kommt immer gut, wahr? Was geht schon wieder? Na, so das da. Jo, das war klar. Das mir da ein bisschen auf den Zehntreten will, der Arsch. Mit Ohren. So. Äh. Den Platz brauchen wir nachher vielleicht noch. Wer weiß, wer weiß. Aber jetzt kann ich hier noch das Häuschen bauen. Hopp. So schnell geht's. Eine Kapelle brauche ich wieder. Die mache ich natürlich genau hier. Wenn ich Werkzeug hätte, würde ich sie natürlich genau hier machen. Ja, das würde ich... Was würde ich nicht alles tun, wahr, für mein Volk? Für mein liebes, liebes Volk. Sag mal. Das ist genau so, das geht nicht hoch, wa? Ah doch, jetzt. Da unten machen wir ein bisschen. Ah, Gebürze brauchen wir dann noch. Ja, natürlich. Natürlich, die Gebürze. Wann habe ich vergessen? Habe ich irgendwann eine orientalische Siedlung, wa? Die abgefuckt, wo ist das Schiff? Welches Schiff ist das? Wissen es du? Du bist es. Ich schrieche, es ist dieses Schiff hier. Ein Gegner hat die Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten. Äh, wo? Nein, nicht jetzt abstürzen, so. Wo hat das... Ah, da, kleine Seerlager, du bist doch wohl. Oh, ich kann nichts machen, jetzt die Insel und den Nagel reizt, ist doch einfach zum... zum Kackenmensch. Oh je, oh je. Was mache ich bloß, Freunde, was mache ich bloß? Genau, da sagen wir was. Werkzeuge mal machen. Das ist doch immer das Gleiche. Oh. Das ist ein Scherz, oder? Ah, er hilft mir sogar. Oder? Äh, hilfst er mir, oder hilfst er mir nicht? Hm. Was macht das Korsair, das Korsarenschiff? Eine coole Flagge, wa? Äh, das kann man aber auch sehr schnell falsch aufdeuten, und dann heisst es wieder, so, ja, ich mache gemeinsame Sachen mit den Korsaren. Mhm. Boom. Man hört es richtig. Jemand versenkt es! Er wagt es. Der Erfolg dieser Angelegenheit hängt von eurer Unterstützerlage. Äh. Und wo habe ich jetzt bitte schön Hanf? Kann man das mal einer verraten? Da habe ich im Lager noch... Nö, sieht ziemlich mies aus. Weisst du was, der schiisst noch ein bisschen auf das Schiff und das heisst ich schiisst auf ihn. Hehehe. Kleiner taktischer Vorteil, er soll bloß das Schiff verfolgen, dann kann ich ihn in Ruhe fertig machen. Boom. Wow. Nein! Ah. Ist nur das Automatisch speichern, keine Sorgen. Schon das Schiff erledigt, sehr schön. Die Musik wird was du mit allem was du zur Verfügung hast. Ich will den nicht mehr sehen, nie wieder. Gut, Handfehl brauche ich. Brauche ich, 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 ich brauche einen Handfehl, fufufufuf. Ich werde hier oben. Naja. Nur eins, hm. Schon klar. Sechs Tonnen brauche ich, ne? Ist doch super. Äh... Pflastersteine... Wieso habe ich bloß immer so wenig Werkzeug? Kann man das mal einmal verraten? Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Jetzt geht ihm ein Blut gerade die Nerven. Tja, was willst du denn machen? Soll er doch bloß so viel Geld ausgeben, wenn es ihm Spass macht, habe ich überhaupt noch Werkzeug? Was meinst du, um dann noch was zu... Äh, ups, falsches Menü gewesen. Kann ich... Nein! Kein Holz mehr. Kein Holz, oder bitte? Das kann ich aber ganz schnell ändern. Mal kurz 20 rüberbringen. Also runterbringen natürlich. Na ganz doll. Geht so gar nicht. Äh... Und wer hat sich selber auch keins? Das ist doch wohl zum Kotzen, Mensch. Feindliche Schiffe werden sie in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Nein! Äh, wo ist mein anderes Schiff? Scheisse. Ja, das ist nicht übel. Ich fürchte, jetzt hat er mich. Aber darf mich nicht haben. So, entzocken. Hm. Ich brauche 400 Ruhm. Wo bleiben die Ruhmpunkte? Und die Zeit, sie rinnt davon, von, von. Nur hier oben, da ist es friedlich. Friede, Freude, Eierkuchen. Ich sag bloß, ich fahre viel lange. Ich will nicht, dass es versenkt wird. Mach mal was. Wo bleibst du denn? Ja, bei dem Schneckentempo, hey. Wegfahren bringt auch nichts mehr. Ich bring gleich mal Rashida los. Nein! Mein Schiff. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Wehe, du greifst. Mein Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Jetzt reissen wir aber langsam, ey. Das ist doch kein Werkzeug. Wo sind die Händler, wenn man sie mal braucht? Greif an, greif an, greif an! Mach ihn fertig! Ein Gegner hat die Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten. Ja, soll doch bloß Geld dafür ausgeben. Weil diese kleinen Insel hier ist mir doch scheiss egal, ey. Oh nein. Dieses Schiff wird auch fallen. Ich muss den Socken, ich kann das nie wieder an Bord holen. Mein Schiff! Aha! Dankeschön! Ich bin so mal bekloppt! So, Alter, jetzt bist du fällig, Mann. Ich habe neue Schiffchen! Excelsior! Na, wenn das kein vielversprechender Name ist, dann weiss ich auch nicht mehr weiter. Scheisse, ey. Ich bin doch 8000 Goldmünzen, das wird übel! Ähm. Äh. Ihr könnt euch glücklich schätzen, einen Berater wie Lord Northburg an eurer Seite zu wissen. Äh, ja. Ich greife euch gern unter die Arme. Dankeschön! Du könnt euch glücklich schätzen, einen Berater wie Lord Northburg an eurer Seite zu wissen. Er weiss viel und besitzt ein untrügliches Urteilsvermögen. Natürlich. Ich helfe euch gerne aus. Äh. Mein Konto wird gerade angegriffen und er handelt noch mit mir. Mhm. Sehr, sehr realistisch. Werkzeug, was mache ich natürlich als erstes? Ganz genau eine Eisenschmelze. Verdammt, ich brauche das Werkzeug. Wieso mache ich es? Ein bisschen genau hier. So. Sie dürfen am Anfang reichen. Sie dürfen reichen. Hört mich so jetzt ab. Bleib stehen, Mann. Die Krieger schon noch. Der Auftrag lebt mich auch davon. Erstmal kurz anders läuten und so hole ich jetzt mal kurz, auch noch ganz kurz, die Items hier. Dann das da. Und das da. Und das da. Das setze ich mal an, damit ich schneller bin. Äh. Und Holz. Hallo, ich habe noch Holz von der Hütte. Ich doch. Jetzt habe ich auch nicht nur Holz, sondern auch Hanf, was ich auch nicht habe. Scheisse. Na, egal. So was von egal. Jetzt bist du fällig, Alter. Es ist dämlich, äh. Da segne euch für eure Zuverlässigkeit. Toll. Wie machst du das jetzt hier? Eine ihrer Truppen steht unter Beschuss. Hä? Eine meiner Truppen wie jetzt? Ach so ist immer die Insel hier. Ich danke euch im Namen des Sultans. Was der sich hier für Mühe gibt, nur um dieses kleine orientalische Markthausplatz zu machen, mir zu glauben, wahr? Das dulde ich nicht. Haha, wenn du wüsst, was ich nicht alles dulde. Ich versenke es. Ich will es nie wieder sehen. Bäm. Tod, Tod, Tod an Erzfeinden. Boom. Jetzt wird abgeschlachtet. Äh, ist er hier oben? Was ist hier oben los? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Nix. Ja. Das hatten wir ja gerade auch. Hier ist nichts los. Dann mache ich vermutlich das hier, wahr? Auch das Zimmermannshäuschen. Ich brauche noch schnell eine Werkzeugmacherei. Die muss auch noch sein. So, jetzt können wir auch selber Werkzeug machen. Währenddessen mache ich stehen platt. Oh, das ist dann wieder knapp, ey. Das hochwertige Segeltuch und das Ersatzsegel. Boom, boom. Boom. Wer wird siegen? Wer wird verlieren? Ein Kopf an Kopf rennen. Und die natürlich, ja. Ist egal, jetzt werden wir Kriege, Mann. Wir machen trotzdem unsere Arbeit. Ist schon cool hier. Das Schiff, es brennt. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Und tschüss. Das war's. Jetzt aber schnell weg hier.